Hallo. Grüzi oder Salut? Salut. Zack oder Denny? Zack. Ist die Nummer 20 oder die Nummer 8? Schwierig, äh, 20. Flugzeugpilot oder Rennfahrer? Äh, Flugzeugpilot. Vieira oder Pogba? Vieira. Chaka oder Shakiri? Äh, beide. Aber auf meine Position, ich sage Chaka. Elvedi oder Mbolo? Boah, beide. Alle gleich. Elvedi, Mbolo oder Sommer? Die drei gleich auch. Schmuck oder Tattoos? Äh, Tattoos. Essen gehen oder Mama kocht? Mama kocht. 1000 Prozent. Sudan oder Kongo? Boah, beide. Ich komme von beiden. Aber, ja, beide. Beide. Berge oder Meer? Meer. Käse oder Schokolade? Schokolade. Young Boys Bern oder Servette Genf? Boah, beide auch, beide auch. Young Boys Bern, Servette Genf oder Borussia Mönchengladbach? Die drei. Die drei. Super. Drei Supervereine. Siegtor gegen Dortmund oder Spieler des Monats? Siegtor gegen Dortmund. Champions League Teilnahme oder DFB-Pokalsieger? Schwierig. Beide. Beide. Aber ein Pokal ist ein Pokal. Ich kann auch sagen, DFB-Pokal. Headtrick oder Fallrückziehertor? Headtrick. 1 zu 0 oder 4 zu 3? 1 zu 0. Krake oder Gepard? Hier Krake, aber persönliche Gepard. Pass in die Spitze oder geschickt werden? Geschickt werden. Auf der 6 oder auf der 8? Auf 8. FIFA oder Fortnite? FIFA. Das war schnell. Ja, klar. Dein FIFA-Partner, Kone oder Skelly? Ich habe noch nicht mit beiden gespielt, aber ich sage jetzt, was ich kann. Ich denke. Süß oder salzig? Süß. Mit Ronaldo zusammen spielen oder mit Messi zusammen spielen? Messi. Große Fang Messi. Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Spätaufsteher. Superkraft. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Gedanken lesen, ich denke. Haus des Geldes oder Squid Game? Haus des Geldes. Film oder Serie? Gute Film. Sky oder DAZN? Sky. Sky oder Netflix? Netflix. Netflix oder Fohlen-TV? Fohlen-TV. Wow. Sehr gute Antwort. Fotoshooting oder Videodreh? Fotoshooting. Einfach. does's label everything. Fohlen-TV. ganz schön.